Mein Name ist Olaf Stötzer, ich bin der Redakteur der HA Big Band und begrüße Sie ganz herzlich zum Konzert heute Abend. Ganz schnell, ich will Ihnen gar nicht viel erzählen. Das hören Sie nämlich gleich alles, weil wir das Radiosignal von HA 2 gleich hier auf die Lautsprecher geben. Deshalb brauche ich Ihnen gar nicht zu erzählen, worum es gehen wird, denn das hören Sie gleich. Ich will Ihnen aber nur sagen, dass wir eben nachher gleich live auf HA 2 sind und da brauche ich Ihre Mithilfe. Denn ein toller Applaus am Anfang der Sendung ist immer ganz großartig, auch bei HA 2. Und heute sind wir nicht ganz ausverkauft, leider, aber trotzdem, Sie schaffen das. Wenn jeder doppelt so viel applaudiert, dann kommt es hin, dann klingt das nach einem Stadion. Wir können das auch gleich mal ausprobieren und zwar, ich kann Ihnen jetzt noch nicht die Gäste ansagen. Sie applaudieren also dann, wenn die Gäste kommen, das werden Sie hören. Aber ich kann Ihnen diese wunderbare Band ansagen, die HA Big Band, meine Damen und Herren. Hervorragend, super. So wird das was. Vielen Dank, nachher gleich wieder und jetzt kommt, glaube ich, das Signal vom Rat. Ich wünsche Ihnen an der Stelle viel Vergnügen und Abend. Dankeschön. HR 2 Kultur, HR Big Band. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist die Live-Übertragung des Konzerts der HR Big Band aus dem HR Sendesaal. Und die hat heute Abend Gäste aus den USA. Den Saxophonisten Donny McCaslin und den Pianisten und Arrangeur Jason Lindner. Die beiden verbindet eine langjährige Zusammenarbeit in McCaslins Quartett. In Sachen Bekanntheit ist der bisherige Hüttepunkt ihres gemeinsamen Schaffens zweifelsohne die Begegnung mit Rockstar David Bowie und die gemeinsame Arbeit am Album Black Star, das durch den Tod von Bowie Anfang 2016 zu seinem Vermächtnis werden sollte. Donny McCaslin und Jason Lindner sind zwei Ausnahmemusiker mit einem offenen Uhr und einem besonderen Gefühl für die unterschiedlichsten Musikstile. Von ihrer Herkunft her sind beide durch den Jazz und improvisierte Musik geprägt und beide hatten früh die Gelegenheit, sich in der Musikwelt einzufinden. Donny McCaslin als Zwölfjähriger in der Band seines Vaters und Jason Lindner, der schon früh erkennen ließ, dass er ein ganz besonderes Gehör hat. Beide sind heute Teil der New Yorker Jazz-Szene und haben mit vielen Größen zusammengespielt. So war Donny McCaslin unter anderem Teil von Maria Schneiders Jazz-Orchestra und hat schon als Student mit dem Vibraphonisten Gary Burton zusammengespielt. Bei Jason Lindner sollte man in jedem Fall seine Arbeit in der Band der Bassistin und Sängerin Michelle Ndegeocello erwähnen und die Tatsache, dass er ab 1995 für gut zehn Jahre seine eigene Big Bad, den Jazz Club Smalls, in New York City geleitet hat. Jason Lindner hat die Arrangements für den heutigen Abend geschrieben und leitet die Harald Big Bad vom Klavier und seinen Synthesizern aus. Die Kompositionen stammen vom Saxophonist Donny McCaslin. Auf der Bühne ist alles bereit. Wir gehen jetzt in den HR-Sendesaal zu Donny McCaslin mit der HR-Big Bad unter der Leitung von Jason Lindner. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 . 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 Musik 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 Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. You're hearing. with another one. This is called, Thank you. 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 Thank you, Thank you. 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 It's beautiful. Thank you. 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 Yeah. Thank you. 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 Why did you meet each other? Well, I remember, before meeting Jason, hearing him play with Abishai Cohen at Smalls Jazz Club. um and i remember jeff ballard uh who i grew up with uh in santa cruz telling me about jason you know there's this young guy yeah there's this young guy man you got to hear him jason linner you know he's you know and uh so i remember that i i guess i i honestly don't remember exactly when we met i i can't remember could it have been the st bar or augie's or one of those places it could have been i mean i definitely did go to augie's someplace in new york somewhere between space and time yeah exactly but you know but that's that's you know we were both part of this community and it's and 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 at a certain point we it overlapped enough for to allow us to to meet because we're in proximity with each other you know all these clubs smalls fat cat the 55 bar the village vanguard sweet basil when that was open they're all within a very short walk of each other so you know that's part of the beauty and the mystique of the jazz scene in new york is that eventually you know you're meeting you have a lot of opportunities to meet these people because people are going out to hear music and people are playing and participating all the time and that's that's something that's 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 i feel like such a thing that i've learned from is being a part of that and and being able to participate in it as a listener as a player as a member of the community that i wouldn't if i was living in you know a very rural environment in montana let's say nothing against montana it's a beautiful place but that's part of what makes new york very special new york als spezieller platz wo jason lindner und donny mccaslin sich begegnet sind ich habe gefragt wo sie sich eigentlich getroffen haben weil mich das persönlich interessiert aber es ist nicht ganz klar festzustellen sie waren auf jeden fall in einem der clubs es könnte smalls bar gewesen sein oder es könnte ein anderer club sein sie haben kurz darüber nachgedacht sich zu überlegen wo es sein könnte ganz klar ist es nicht irgendwo zwischen raum und zeit sind sie sich auf jeden fall als teil der new yorker szene begegnet und haben sich gefunden und arbeiten seitdem sehr eng zusammen donny jason it's already time to go back on stage i'm really happy that you had the time to be with me in the studio and i wish you a pleasant concert a wonderful second half so to say and i'd like to finish um with the the song that we're going to play it's eye of the beholder that you've been performing with guile anne dorsey and a beautiful song a vocal track which we won't have otherwise tonight with the concert of the frankfurt radio big band thank you jason thank you very much and thank you donny danke schön ich wünsche ihnen noch ein schönes konzert mit der big band donny mccaslin und jason lindner gregor pramezakt tschüss all along we've been wondering if what we've learned is from someone who knows nothing about nothing but has a soapbox to stand on stand on stand on stand on stand on stand on Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 The idealistic ones are missing The point of all the conversation The truth is in the eyes 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 called No Eyes by an artist named Baths and the second one is Coalacanth by Deadmau5. Enjoy. Thank you. 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 Christian. Thank you. 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 Jason. Thank you. 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 Thank you.